Moin hier vom Nord-Ostsee-Kanal. Meine Lieblingsstelle, das habt ihr dieses Jahr schon ein paar mal gesehen und das ist auch der Grund, wieso ich heute hier mal ein paar Worte sage zu 2023. Erstmal danke, danke, danke für all eure Klicks auf meine Videos, für die tausende von Stunden, wirklich ungelogen, tausende von Stunden habt ihr geguckt und Wahnsinn, fast 200.000 Klicks jetzt seit Ende 2022, als ich den Kanal gestartet hatte. Toll, also ich freue mich total über euren Zuspruch für meinen Kanal und will natürlich hier ein kleines Jahresfazit ziehen und euch nicht langweilen. Es hat am Kanal begonnen und es endet natürlich auch hier wieder am Kanal. Ich habe irgendwann mal gesagt in einem Video, man kann hier das ganze Jahr was fangen und wollte euch das auch zeigen und das habe ich auch geschafft bis auf den Dezember. Der läuft ja noch, aber ansonsten hattet ihr jeden Monat mindestens irgendwie einen Fisch von mir als Fangergebnis, was aber nicht Hauptsache meines Kanals ist. Also ich möchte euch zeigen, wie ich angle, möchte euch Tipps und Tricks zeigen und ja, so ein bisschen denjenigen helfen, die vielleicht wieder anfangen zu angeln. Ich angle ja schon seit über 50 Jahren durchgehend und einige fangen jetzt quasi im Übergang zum Rentenalter wieder an zu angeln. Einige haben online Angelschein gemacht, wisst aber gar nicht, was Grundangeln ist, sondern haben erstmal nur Spinnangeln gemacht. Also diese ganzen Dinge, die ich euch zeige hier, das ist Sinn und Zweck meines Kanals. Weniger jetzt riesen Fische zu fangen, da habe ich gar keinen Ehrgeiz zu, sozusagen, sondern ich will einfach in der Natur sein, angeln, schöne Zeit haben und habe jetzt dieses Jahr genutzt, um euch das zu zeigen und das soll auch so weitergehen. Vielleicht werde ich mal ein paar andere Schwerpunkte setzen. Vielleicht schreibt ihr mir auch mal, was ihr da so vielleicht noch von mir sehen wollt oder vielleicht deutlicher gemacht haben wollt. Ja, diese ganzen Themen. Ja, wir YouTuber, bin ja auch ein YouTuber, wir leben ja so ein bisschen von Klicks und Abonnenten und Likes und so weiter und so fort. Das geht mir natürlich genauso. Bin ja kein Profi, ich mache das jetzt für mich als erweitertes Hobby, als Ergänzung zu meiner Passion hier angeln. Und trotzdem leben wir natürlich von Abonnenten und von Klicks und Likes. Deshalb gerne diejenigen, die meine Videos schauen, das sind ganz, ganz viele, fast zwei Drittel oder mehr, sind keine Abonnenten von mir. Und wenn euch das gefällt, gebt mir noch ein Abo, macht die Glocke an, dann wisst ihr mal gleich, was los ist. Da kommt ein kleiner Hinweis, was ich wieder eingestellt habe. Ja, das sind so ein paar Vorteile, die ihr habt als Abonnenten. Jetzt bleibt mir nur noch zum Jahresende euch einen ruhigen Jahresausklang zu wünschen und kommt gesund ins neue Jahr. Lasst es euch gut gehen und wie gesagt, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste im Leben bei euch und euren Lieben. Ja, und dann verabschiede ich mich hier am Jahresende. Kommt noch ein Video. Es ist ja noch nicht Silvester. Kommt noch ein Video. Und ja, und in Schleswig-Holstein sagt man Tschüss. Bis 2024.